Der Weiterbildungsstudiengang Schulmanagement und Qualitätsentwicklung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist auf vier Semester angelegt und schließt mit einem Master of Arts ab. Die Inhalte werden in sieben Modulen vermittelt. Sie heißen Organisation managen, Schule leiten, Qualität sichern und entwickeln, diagnostizieren und evaluieren, Ausvergleichsstudien lernen, Unterricht weiterentwickeln und beurteilen, Personal führen und professionell kommunizieren. Der Modulablauf. Am Beispiel des Moduls Organisation managen, Schule leiten, schauen wir uns einen typischen Ablauf an. Sie beginnen mit dem Selbststudium und lesen den Studienbrief, der zu dem Modul gehört. Dann findet eine Präsenzveranstaltung in der Uni Kiel statt. Neben Fachvorträgen von renommierten Bildungsforschern steht der Austausch zwischen den Lehrenden und den Studierenden an den beiden Tagen im Vordergrund. Danach bearbeiten Sie Ihre Einsendeaufgaben und laden diese auf die Plattform hoch. Sie nehmen abends fünfmal pro Modul von zu Hause aus an Synchronseminaren via Internet teil. Dort erleben Sie in Konferenzschaltungen die Lehrenden im Modul. In einigen Modulen werden auch Klausuren geschrieben. Aber auch die Teilnahme an der Klausur findet bei Ihnen zu Hause statt. Mitwanne